so leute wir haben jetzt eine challenge so wir haben eine 8 8 lobby aufgemacht ist schon ein paar spieler beigetreten und die challenge ist lasse hat jetzt was sagen wir aber ein paar minuten zeit wo er schon der erste angeregelt ein wobbly dazu zu bringen das zu machen was ich als aufgabe stelle oder entfällt gerade einer und da würde ich sagen ich hatte schon eine ganz gute idee ich soll ich den timer stellen ja machen wir den timer gleich an jetzt sind hier gerade nicht so viele da musst du dann halt du kannst du mit die modes oder so arbeiten wir können nicht mit ihm sprechen 10 minuten lange zeit so dass du jemanden dazu bringen muss man da kommt schon einer tatsächlich sich ins feuerwehrauto zu setzen und die sirene an machen muss wenn du das hinkriegt dann kriegt der spieler kriegt dann irgendwie 1000 dollar goldsackbelohnung also du musst jetzt ein spieler dazu kriegen sich in den feuerwehrauto zu setzen und die sirene anzumachen let's go beim friseur ist hier gerade einer vielleicht kannst du ihn ja überreden er macht nicht gerade die haare schön so versuch mal mit ihm hier vielleicht kann er dir helfen mit seinem auto will er fahren er will fahren das ist schon mal schlecht ich muss das ganze ja beobachten dass es hier mit rechtem ding zu geht also ihn hast du schon mal angefixt er kommt mit da rein da rein da rein okay das ist schon mal drin so jetzt muss ich doch irgendwie dazu kriegen dass er auch die sirene anmachen ach so ja okay du willst vormachen okay 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 das hast du geschafft warte muss hier bleiben da würde ich sagen warte 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 hat er jetzt quasi er hat ja auf jeden fall schon sein 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 goldsack gewonnen hier warte warte platzieren den hin ich halte den tippen hier auf ja so das war für ihn nein das war für ihn ja nicht für ihn ja mit ringer egal gib ihm noch einen warte warte da okay okay das war die erste challenge das hat ja gut geklappt jawohl dass er das überhaupt verstanden hat da kann ich mal einen geldsack tragen okay das war die erste challenge so lasse dann hast du da aufgabe für mich ja warte 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 also ähm bringe ein wobbly dazu am besten den jellymann dahin ist egal welchen wie ich suche meinen aus mit dem du den pizza job machst den pizza aber er muss ihn annehmen er muss ihn du darfst ihn nicht annehmen für ihn ach so er muss mit mir zusammen diesen pizza job machen ja okay warte nehme ich mit mir ich bin mir jetzt ein da hätten sie das ganze video wo please ey der typ kommt hier er kommt wieder der war ja gut dann frage ich ihn dir gleich ey 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 äh äh warte wo war denn dieses ding ah Jakob jetzt musst du follow me ja er hat er hat genickt er hat genickt er hat genickt ja 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 folgt dir jetzt ist das ja nein du musst folgen folgen sonst weiß ich nicht so genau folgen folgen so kollege hier ja okay aber das könnte recht easy sein wir sind relativ dicht dran warte ich werde nochmal hier das ist ja aber ich glaube er ist nicht so also jetzt hier mit hin so warte hier rein komm kollege du musst hier rein du musst die pizza machen da mach da du musst machen du 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 mach den Job du du mach den Job scheiße wie kann ich ihm das sagen äh jawoll so komm den machen wir jetzt auch schnell komm ja du kriegst du auch wieder der kriegt da sein Zaui komm los und noch was an und und sein extra geld ja ja pack ihn da rein komm schlitzig nein 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 warte du musst das doch ich kann das nicht ich schmitte mir ich schlitz nicht da so let's go er muss den Job machen er fahrt los fahrt los fahrt los okay er hilft uns gut aber egal ich sag gleich da er ist hier beim Dings der hier will die haben nein der will die nicht haben so der Müllmann der Müllmann will die haben der Müllmann macht schnell oh mein Gott da war meine Leute wieso sind da schon ein pützer Auto los schnell ihr wisst habt nur noch 30 Sekunden nein der Typ ist hier yes let's go okay dann krieg oh mein Gott alter einfach der kriegt jetzt richtig viel Geld also dann kriegst du noch einen hier komm her so ah genau gönn dir Poli gönn dir nimm mit nimm mit schau dass man nicht pließt oder so okay ja man er wird der reich hier durch uns er hilft gut ach komm mal hier genau jetzt schlau er mir das gleich ins Auto packen alles hier komm her nimm das so der kann er das weg bringen okay ich hab was anderes das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern ach stimmt ich hab vergessen das ist egal wir haben es auf jeden Fall der Zeit ja geschafft der Typ der war ja echt pliitsch so der war richtig wir fahren ihm erstmal hinterher der wüsste den nächsten Auftrag mal okay der muss ich mal dein Geld abgeben du musst einen Wobli dazu bringen oh von hier wir machen wir abwitzeln wir hauen mal ein bisschen ab von dir der weiß schon was aber nein bitte nicht hehehehe 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 ich glaub er kommt zum Tag her ja natürlich kommt er wieder angeschissen weil wir noch ein tausender haben hehehehe der kommt du warst meine Aufgabe äh der kommt und hinterher du du kannst nicht vor dem fliegen hehehehe du musst versuchen ein Wobli dazu zu bringen sich beim Friseur der andere Haarfarbe zu oder äh andere Haare zu machen egal was er muss zum Friseur gehen okay und danach müssen seine Haare anders sein let's go such dir einen raus oh Gott so das könnte jetzt eventuell ein bisschen länger dauern wir haben da jetzt hier eine Zeit naja warte die ersten beiden haben schon mal richtig gut geklappt so aber diesmal nehme ich einen anderen diesmal nehme ich einen anderen beim Pizzamann hat er ein bisschen gebraucht der dachte was soll ich da der kommt bestimmt gleich wieder angefahren hehehehe 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 ja ja andere Friseur der ist nicht so weit und dann kommt er erst später hehehehe was war das? der Geldgeier ist schon wieder da nein was macht der? er soll dir erfolgen du musst versuchen ihn irgendwie zum oh mein Gott jetzt sind hier alle ja wir machen einfach hier dass sie dir folgen sollen follow me follow me hehehehe hehehehe follow me er folgt dir alles klar mitkommen 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 ich hab mich hier fest fein daher ich will mich schön mitkommen so gut die haben es einfach nur geklaut hehehehe so ich muss das ja ich muss da gucken jetzt mit dem rechtem Ding zu gehen so 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 warte jetzt zeige ich ihm da ist ja diese Friseur hier macht mich auch ach ne er macht er hat diesen Job noch nicht hallo Luigi 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 nein der will den Job machen der denkt er soll dir bei dem Job helfen nimm mal Anna hock mit ha aha aha oder er kommt uns in mir gleich wieder mit so komm wir fahren auch mit hahe follow me follow me so jetzt musst du ihn dazu kriegen er hat sich eh Emily erste neue frisur gemacht vielleicht hat er da voll bock drauf geld hat er ja eigentlich genug jetzt so also irgendeiner von den beiden muss sich jetzt eine andere frisur muss die frisur machen vielleicht doch vielleicht doch ok also wenn er jetzt mit der anderen rauskommt dann hat er verdient nein 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 andere frisur machen ich verstehe es nicht andere frisur er kooperierte damit ich weiß gar nicht ob der das jetzt aber ich er weiß mittlerweile dass er hier uns helfen soll 3.000 ja vielleicht nehme ich den auf wieder kommen erzähle deine aufgaben überlegen so lange das hat er ja ich habe was ich habe was gehe ins schwimmbad ja und bringen einen typen dazu mit dem sprungbrett ins wasser zu spielen okay das ist nicht so schwer wir brauchen immer irgendwie oh mein gott er meckert den typen an der ich überfahren das war der ehremann er weiß er weiß was sache ist wir müssen vielleicht mal einen anderen wie soll er hilft er jetzt wieder ja auch schon zwei mal geholfen so dass wir sie kommen mit rein hier kommt das war das war das war viel zu einfach aber egal jaja hier beton ja nix 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 es ist ja auch wenn man die freut sich jetzt nicht dringend das könnte einfach sein er bringt ein Wobbly dazu und mit irgendeinem Auto ein Stehman umzufahren weil hier ist schick an einer aber die sind ja jetzt erstmal mit ihrem Geld beschäftigt Prozent der Eklige das ist wieder der Typ der Typ Klautzeig wir haben sein Geld geklaut oh warte so ein bisschen jetzt kommt er auch ja für Belohnung machen Wobblis zu gerne was da rein da rein ins Auto genau und jetzt folgt mir folgt mir folgt mir beide 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 fahren ach ja okay jetzt sollen sie dir folgen du zeigst jetzt haben die Schneemann an der Arbeit okay 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 er fahr doch ganz langsam artig hinterher warte 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 soll ich hier so ich muss euch ja genau hier dass hier kein Schmuh gemacht wird nicht dass du ihn umfährst die nach vorne ja okay da 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 den Schneemann 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 ins Auto rein ins Auto rein ins Auto rein Da einsteigen müsst ihr. Ja, Martin. Follow me, follow me. Da stehen sie alle hier vorm Schneemangel. Oh, keiner weiß was los. Follow me. Da, hier, da, da bist ihr. Da, da. Er freut sich. Genau. Genau, und jetzt den umfahren, 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 umfahren. Oh nein, ist der dumm. Egal, sollt ihr den umfahren? Den umfahren. Den umfahren. Warte, hier, hier musst du rein. Ja, da, da, da. Er soll den umfahren. Und jetzt? Alles verstanden? Alles verstanden? Wir brauchen nur noch Gas geben. Da, da. Ja, los, los. Okay, er hat schon wieder einen Preis gewonnen. Der sah der richtig ab heute hier. Ja, Mann, der ist richtig geil. Komm, wir jetzt weiter schon. Ja, komm, hier, komm. Hier ist deine Kohle. Da, da. Da, hast du wieder einen Paui verdient. Oh, ist das geil. So, okay, nächste Aufgabe. Ey. So, dann sag mal eine Aufgabe, hier sind gerade zu viele. Ja, okay, äh, Ring. So, du wolltest jetzt ein Geld klauen. Die dreckigen Diebe. Die sind halt alle auf. Ich zieh dich raus. So, los, überleg jede Aufgabe. Bring ein Wobbly dazu, von hier bis oben auf den Berg zu bringen und mit dem in den, äh, in den Schrumpfungsraum auf dem Berg durch die geheime Fels. In den Schrumpf, in den Schrumpfungsraum. Okay, warte, warte, warte. Er weiß schon Bescheid. Okay, komm, wir. Was, klar, fahrt einfach vor, fahrt einfach vor. Er, 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 er fährt, also, nein, wieso kann ich nicht fallen? Ja. So, ich komm, ich, ich fahr euch hinterher, macht einfach euer Ding da so. Ich komm euch schon hinterher. So, mit ihm in die Schrumpfungsmaschine. Mit ihm in die Schrumpfungsmaschine. Oh, Digga, ich bin gerade mit meinem Hoverboard in den Boden reingebockt. Ah, warte, wir fliegen mit dem Heli dahin. Ich geh schon mal auf den Berg. Musst du testen. Äh, ich meine, um, um, um zu gucken, ob ihr wirklich herkommt und nicht sagt, dass ihr es gemacht habt, aber habt ihr es gar nicht gemacht. So, was soll ich sagen? Ich sehe ja gar nicht, aber da, wo du bist, da ist, muss ja der Berg sein. Hier ist der Berg. Nein, aber ich hab ihn verloren. Papier. Nee, wir sind ja, wir sind ja hier oben. Nein, 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 nein. Er geht. Wieso? Hier, kommt, helft mir. Ich bin hier im Stich jetzt. Nein, ich komm mit dem Heli mit. Ich komm mit dem Heli mit. Ja, der Typ, der kommt mit dem Heli rein. Der kommt mit dem Heli rein. Okay. Alles klar. Alles klar, wir müssen, nein, er bleibt hoch, nein, 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 egal, 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 ist er. Also was müssen wir schrumpfen lassen? Nein, oh mein Gott, oh nee, ich bin da mein Gefall. Nein, du musst auf das Ding da und dann, und dann musst du da schnell runter. Ach so, nein, der Typ ist hier auch reingefallen. Wie geil, der ist hier da. Und in die Schrumpfungsmaschine. Ich sag, ich darf nix mit den Emoji sagen. Ach so, sie könnten beide einen Geldsack gewinnen. Sie könnten beide einen Geldsack gewinnen. Ja, er trägt schon. Ja, Auftrag erfüllt. Das war eigentlich schon recht easy so. Ja, das war easy. So, du musst die los. Aber hier können sie ja Geldsack nicht abgeben, oder? Doch, doch, doch. Ihr müsst nur wieder groß. Ja, ja. Jetzt bleiben die kleinen. Hey, hier. Euer Geld. Hier, kommt her. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Jeder einen. Wo ist der andere? Er hat beide. Eklige. Dieser Eklige, der hat beide geklaut. Er trägt jetzt auf den Knopf. Oh mein Gott, aber er ist noch drin. Er ist noch drin. Ey, der hat tausend Geldsack gesehen. Will das Geld auch größer? Ja. Okay, so, dann habt ihr ja. Oh mein Gott. Nein, hier. Hier. Wie haben sie mich denn hier? K.O. gehauen, Alter. Nein, dieser Gelbe nicht. Das ist dein Geldsack da drinnen. Nein, der da drinnen. Der da drinnen ist, dein Geldsack. Ah, er hatte den Geldsack. Lass ihn doch nicht. Hör, dann muss er so. So, und jetzt? Du könntest doch Geld abgeben, oder? Nee. Komm mit, kommt mit, kommt mit. Dann könnt ich hier euer Geld abgeben. Ich, 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 ich. Hier. Streiten sie. Das Geld ist. Hallo, mir. Die sei ekelhaft. Okay, dann würde ich sagen, das war schon mal eine ganz coole Challenge. Die haben es ja soweit. Also, wir haben alle, wir haben unentschieden gespielt. Es gibt keine Bestrafung. Wir haben alle hier. Ja, Mann. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal denken wir noch was anderes aus. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Lassen ein Like und ein Abo da. Genau. Falls ihr euch gefallen habt. Alles klar. Ciao, ciao. Ja, haut rein, Leute. Ciao. Ciao.